was ihr da sehen könnt ist keine luftaufnahme der wunderschönen insel sylt sondern eine mrt aufnahme von meinem bizeps und was damit auf sich hat schauen wir uns heute an hallo ihr power pikachus und herzlich willkommen zu einer neuen episode von hellboy armresting entertainment yes he is back back again hellboy is back play your friend genau es war ziemlich ziemlich ruhig um mich geworden ihr habt vielleicht auch noch auf dem kanal von leonidas mein schiri tun zwischen tetzel und leonidas gesehen beim letzten kampf aber sonst war es erstmal etwas etwas leise um euren hellboy gewonnen aber ich bin wieder da warum es so ein bisschen still um mich geworden ist möchte ich euch heute mitteilen denn ich hatte mich ja in letzter zeit sehr sehr erfolgreich eigenlob ist da an der pronation challenge von onkel john beteiligt konnte da in der pound für pound kategorie silber gewinnen und bin natürlich heiß geworden ich zeige euch hier noch mal den silver boy lift schaut rein also wie ihr sehen könnt war das ganze ding mehr als erfolgreich musste mich nur unter dem großartigen rvj aus den usa geschlagen geben grüße gehen raus an den borschen und natürlich auch an den guten anke john der uns so ein bisschen in der ganzen pandemie phase und in der zeit ohne turniere mit diesen challenges die zeit vertreiben kann und möchte und natürlich hatte ich jetzt dabei blutgeleckt und deswegen gab es eine neue challenge und zwar die biceps curl oder biceps curl challenge und wie das ganze erstmal funktioniert schauen wir uns jetzt mal an und lassen sie es uns vom guten onkel john erklären also schauen wir uns mal den ganzen lift wie er stattfinden soll erstmal in der theorie bei onkel johns armresting podcast vcast an also er erklärt hier gerade noch mal die regeln ihr seht schon dabei ganz deutlich ist es ein isolierter biceps curl am tisch dabei auch wieder schultern parallel zum tisch wir haben eine typische armresting bewegung kalt oder eine ausgangstellung dabei auch wieder der nicht drückende arm hält sich am griff fest und dann eben einfach einen normalen kein hammer curl sondern biceps curl und das ganze geht halt aus dem aus dem arm genau aus dem arm raus aus dem bizeps raus und geht dabei hoch es darf wohl nicht angefangen werden nämlich hinzustellen es darf auch nicht zu hoch wie ihr gerade sehen könnt der winkel darf nicht zu hoch sein sondern der unterarm muss relativ flach liegen wenn die handel ein stück zu hoch ist dann muss eben auch das pad erhöht werden damit es immer eine gleiche 90 grad linie gibt und wie der gute john da hier zeigt einfach sonst das pad zu erhöhen ist wenn die handelscheibe ein bisschen länger ist sehr gut erklärt von dem kollegen genau das hatte ich gerade schon kurz erläutert sind immer wieder die parallelen schultern sind auch beim armresting eine wichtige ausgangsposition ist notwendig genau dann ist auch noch dieses bewegungsmoment des elbows halt gemeint muss immer nur gerade hoch gehen kein zu vieles rausziehen kein das pad verlassen und so soll dieser lift stattfinden auch nicht zu schräg sondern parallel vom körper genau und es darf auch nicht aus der bewegung heraus kommen sondern ihr müsst quasi dabei dann ruhig starten und nicht aus der bewegung raus wie so viele von den diskopumpern grüße gehen raus an die diskopumpern dann so mit irgendwelchen gewichten arbeiten die sie niemals heben würden sondern einfach nur aus der bewegung raus gehen und das ganze halt auch nicht so so günstig ist um da so viel schnellkraft reinzuballern genau so sieht der ganze lift beim guten ankel john aus und so war sie die theorie und ihr wisst ich wollte halt entsprechend meinen silber rang endlich vergolden und dann bei diesem ganzen lift erfolgreich sein ich mache ja mal kurz ein bisschen pause um euch das noch ein bisschen besser zu erläutern also das ganze ich hat er schon schon in dem von engen terzin implementierten lift schon mal gezeigt ganze ist auch meinem kanal zu finden schaut einfach mal in die videos rein da gibt es auch noch ein video vom biceps kör von der biceps kör challenge ich wollte dabei erfolgreich sein auch wenn das wiederum bin er so der hammer kör typ mach auch nicht viel beim armresting training so viel auf ganz krasses maximalgewicht und bin auch nicht kein fan von diesem kör aber ich denke dass das ganze ding nicht so gut umsetzbar oder nicht so viel mehr wert bringt um das beim armresting anzuwenden aber ich lasse mich ja nicht lumpen und will mich auch nicht verstecken und deswegen habe ich natürlich auch diese challenge angenommen und zeige euch jetzt mal anhand einer nachgestellten szene wie das ganze ding bei mir gelaufen ist hauen wir uns an wie die ganze sache gelaufen ist ich habe euch das noch mal in einer schauspielerischen und director technischen glanzleistung hier nochmal für euch nachgestellt die ganzen 10 was passiert ist weil ich nicht die kamera laufen hatte bei der ganzen sache und aber so lief das ganze ab wie es eigentlich immer läuft ich hatte mich halt an diese übung erstmal ran gesagt hatte mir genauso wie alle anderen sportler auch das video von onkel john angeguckt wie es funktioniert dann pö a pö gesteigert ging glaube ich so los bei 30 kilo weil ich auch überhaupt nicht einschätzen konnte was mein 75 kilo körper da im stand ist zu leisten habe ich dann ganz gut gesteigert obwohl ich diese übung den bizeps kör so in der form nicht so häufig mache also nie bis gar nicht aber es ging nicht so schlecht pö a pö gesteigert so 30 kilo 40 kilo 45 kilo immer weiter und dann war ich auch ganz zufrieden damit und dann ging natürlich wieder der wettkampf modus an bei mir und ich wollte mich natürlich wieder aufs stocker platzieren wie der bayer sagt und machte mich dann daran die 50 kilo zu knacken hatte ich auch geschafft und war denn in dieser training session bei 52,5 kilo habt ihr ordentlich aufgesattelt und war dann optimistisch mich weiter steigern zu können gewichte darauf und dann ging es an den tisch dann passierte das richtig ouch passierte dann ich habe den lift gemacht habe auch ordentlich angezogen gewicht hatte sich noch nicht in irgendeiner form irgendwie bewegt also lag da wie so ein eisberg und zog dann nochmal an und dann auf einmal macht es krank macht es dann also erstmal großer schmerz und große sorge das knallte nicht das hat er einfach bloß als ob so eine faser nachgibt als ob eine sehne nachgeht und ich war natürlich erstmal direkt in leichter panik ich habe in meiner sportkarriere schon ein paar bizeps risse gesehen und leider auch schon mal ein vielleicht nicht fabriziert aber daran mitgewirkt bei einem turnier in holland gegen meinen gegner der hat sich dabei bei den bizeps gerissen und das ist eigentlich mal eine recht schwerwiegende und typische verletzung beim armwrestling möchte jetzt nicht sagen dass es unbedingt von unserem sport kommt aber wenn eine vorschädigung da ist dann kann es wirklich sein dass wenn man so aus dem bizeps rauszieht dann die sehne sich komplett durchhaut und bizeps ist so nach der oberarm torsion eine der schlimmsten verletzungen beim armwrestling muss auch in der regel bei jungen menschen und bei sportlern operiert werden denn es wächst auch wieder so zusammen aber das ganze führt zu einem kraftverlust von zehn bis 20 prozent und wenn ich eine sache nicht haben will dann ist es ein kraftverlust also deswegen erstmal leichte panik bei mir ich konnte nicht so richtig identifizieren ob das ding irgendwie durchgerissen war weil ich hatte keine beule auf die dran konnte aber auch den bizeps nicht richtig anspannen und die schmerzen waren in der bewegung zwar schon da aber wurden denn natürlich immer immer heftiger und und was sollte man tun wenn es knallt richtig man sollte den arzt aufsuchen deswegen bin ich am freitag abend gleich ins lokale krankenausbau uns gedüst bin nach kurzer wartezeit dann in der notaufnahme gleich dran gekommen leider konnten mir die ärzte da nicht so richtig helfen die konnten keinen bizepsriss ausschließen auch eine röntgenaufnahme meines ellbogen es hat nicht viel geholfen und deswegen bin ich nicht viel schlauer aber dafür mit tüchtig schmerzen wieder nach hause gedüst haben natürlich weiterhin sorgen gemacht und sollte so in der nächsten woche noch mal ins krankenhaus kommen das ganze war mir schon zu heiß weil ich wollte keine zeit verlieren wenn es nämlich doch zu irgendeiner op kommen muss bin dann am samstag noch mal nach magdeburg in die uniklinik gedüst noch mal die notaufnahme wurde dort noch mal untersucht hat auch schon mal ein kleines körperchen dabei weil ich schon damit gerechnet hat dass sie mich direkt aufsägen und mir die bizepssehne wieder zusammenflicken gott sei dank konnten die chirurgen dort mit einer ultraschall sonde drauf schauen und haben eben gesehen dass zumindest die ansätze der bizepssehne oben und unten noch dran sind und haben gesagt also operieren muss man schon mal nicht große erleichterung und ich sollte mich dann aber dringend um mrt termin bemühen und weil die bizepssehne unter umständen angerissen sein könnte das habe ich dann auch getan habe ich auch relativ schnell geguckt und jetzt was wir Zeige euch das mal genau was wir hier sehen ist nicht sylt sondern ist eine aufnahme von meinem ellbogen und von meinen restlichen also quasi wie so ein dieser jahres scheiden von meinem arm und von den sehen und von dem bändeapparat da drin also habe ich dann noch im krankenhaus ein paar aufnahmen mrt aufnahmen bekommen relativ schnellen termin das war wirklich sehr gut und es wurde festgestellt dass ich keinen riss habe sondern nur nur in anführungsstrichen eine sehr sehr schmerzhafte zerrung und muskelfaserriss also kein sehnen abriss und darüber bin ich natürlich jetzt erst mal sehr sehr erleichtert natürlich ärgere ich mich erst mal dass ich mir die verletzung zugezogen habe und noch mehr dass ich nicht an dieser challenge teilnehmen konnte aber deswegen großen respekt grüße gehen raus an a video jay tom holland und natürlich auch kriege die da die übungen gewohnt haben und ich hoffe mal dass ich bei der nächsten sportlichen challenge da wieder dabei sein kann und hoffe noch mehr auch bald wieder mal ein bisschen tisch stehen zu können genau jetzt heißt das für mich erst mal vier bis sechs wochen pause habe jetzt schon die ersten wochen rum und hoffe jetzt die letzten sportfreien wochen auch noch überleben und überstehen zu können denn es gibt mir schon richtig in den fingern und bin dann bald wie für euch am start und hoffe auch dass es euch soweit gut geht dass ihr verletzungsfrei und gesund durch diese ganze zeit kommt und dass ihr vielleicht jetzt auch ja ein stück weit mal wieder ein bisschen sport machen könnt und trainieren könnt und natürlich auch nicht zu sehr im lockdown in der corona zeit durchkneiden könnt und dass es bald bald besser wird und bis dahin hoffe ich mir wieder euch hat das video gefallen liked den kanal folgt und lasst ein kommi da würde ich mich sehr sehr freuen und viel sicher noch passt auf euch auf und bleibt sauber euer hellboy wow